Hallo, ich bin André Weiss, CEO der Implenia. Heute freue ich mich ganz besonders hier zu sein, um unseren Absolventinnen und Absolventen ganz herzlich zu ihrem Lehrabschluss zu gratulieren. Nachwuchsförderung ist absolut wichtig bei uns in der Firma, aber nicht nur in der Firma, in der ganzen Industrie. Der Fachkräftemangel ist natürlich immens und daher ist eine gute, tolle Ausbildung für unsere Leute enorm wichtig. Und ich bin froh, dass wir unsere Leute mehrheitlich halten können und sie dann zum zukünftigen Erfolg der Implenia beitreten können. Natürlich bin ich auch hier, um ein bisschen Networking zu machen, um die zukünftigen Leiden der Implenia kennenzulernen. Vielleicht gibt es ja sogar einen CEO aus denen.